Kapitel 13 Am ersten Jahrestag ihres ersten Treffens hatten Kaja und Kaleb sich entschlossen, wieder am frühen Morgen den Sonnenaufgang zu beobachten. Das Wetter war auf ihrer Seite und der frühe Morgen brachte die Art von kühler Luft, die in einer Hitzewelle erfrischend ist, aber immer noch die Atmosphäre der Hitze in sich trägt. Kaleb nahm eine Plastiktüte mit sich und war etwas geheimnisvoll über deren Inhalt. Sie gingen zu ihrer Lieblingsbank, auf die es keinen Einblick gab und von der man den großartigen Blick über die Bucht hatte. Sie saßen still eng nebeneinander. Die Sonne war noch nicht auf dem Horizont erschienen, würde aber jeden Moment ihren prachtvollen Auftritt haben. Kaja, sagte Kaleb. Kaja lachte. Wann immer du meinen Namen auf diese ganz besondere Art und Weise sagst, dann bedeutet das, dass du etwas ganz Besonderes zu sagen hast. Kaleb lachte auch. So ist es. Er legte die Tasche auf den Boden neben der Bank und holte einen großen Strauß roter Rosen daraus hervor. Dies ist ein sehr besonderer Tag für uns und es ist ein ganz besonderes Jahr gewesen, dich kennenzulernen, mich in dich zu verlieben, mit dir zusammenzuziehen, mit dir zu leben. Und ich möchte, dass dies so weiter geht und weiterhin jeder Tag so wunderbar ist. Er blickte auf den Horizont. Schau, die Sonne geht auf. Sie hat die Farbe dieser Rosen Kaja. Mit diesen Worten nahm er die Rosen aus ihrem Geschenkpapier und reichte sie Kaja. Ich habe die Dornen entfernt, informierte er sie. Als die Sonne weiter aufging, nahm er ein kleines Schmuckkästchen aus der Tasche, kniete auf einem Knie vor Kaja, öffnete das Kästchen, enthüllte den wunderschönen Aquamarinenring und sagte, willst du mich heiraten, Kaja bitte? In diesem Moment hat die Sonne den ersten vollen Strahl von Sonnenlicht für diesen Tag freigegeben. Kaleb hielt das Kästchen mit dem Ring vor Kaja, mit dem glücklichsten Lächeln auf seinem Gesicht, männlich, entschlossen, aber auch schüchtern und bescheiden, alles zur gleichen Zeit. Kaja brauchte nicht lange über ihre Antwort nachzudenken. Ja, Kaleb, ja, von ganzem Herzen, rief sie, nahm den Ring und legte ihn in Kalebs Hände, sodass er ihn über ihren Finger streifen konnte. Er passte perfekt. Kaleb stand auf, sie nahmen sich fest in die Arme und küßten sich, dann setzten sie sich wieder auf die Bank und genossen den Moment und den Sonnenaufgang. Kaja war die erste, die widersprach, wie lange sollten wir verlobt sein, bis wir heiraten? Ich denke nicht zu lange, vielleicht drei, vier Monate, das hängt auch davon ab, was für eine Art von Hochzeit wir wollen und wie lange es dauern wird, sie zu planen, schlug Kaleb vor. Die Idee gefällt mir, stimmte Kaja zu. Ich hatte an eine standesamtliche Trauung gedacht, mit nur dir und mir und der engsten Familie und dann eine offizielle Feier irgendwo mit den Ansprachen und dem Essen, hier in der Gegend, wo man solche Feiern machen kann. Und so kam es drei Monate später, im hervorragenden Wetter des Nachsommers. Sie hatten alle möglichen Veranstaltungsorte in der Gegend ausgekundschaftet und sich für einen entschieden, der recht zentral gelegen und dadurch auch für die Gäste zugänglich war, die mit dem Zug anreisten. Sie hatten etwa 100 Gäste eingeladen, mit einer heimlichen Reserveliste für den Fall, dass jemand von den ursprünglich eingeladenen 100 nicht kommen konnte. Henry und Grace hatten natürlich ihre Hochzeit schon vor einem halben Jahr gehabt und konnten deshalb Kaleb und Kaja mit ihrem Rat unterstützen. Sie hatten alle großen Spaß daran, die Hochzeit vorzubereiten und auch an der Hochzeit selbst mit der kleinen Zeremonie im Standesamt. Danach hatten sie ein paar Stunden wieder nach Hause zu gehen, sich umzuziehen und sich für die große Feier fertig zu machen. Das Essen war köstlich, die Atmosphäre und Umgebung, geschaffen in Koordination mit den Wünschen von Kaja und Kaleb, war zauberhaft. Die Ansprachen waren kurz und bewegend, oft sehr komisch und geistreich, wo es angemessen war, unter anderem jemand, der als verfaulter Zahn verkleidet war, der wunderbarerweise wieder gesund wurde, als Kaja ihn nur berührte, Zahnheilkunde der Zukunft, die natürlich niemand anders als Kaja selbst bald erwinden würde. Um Kaleb dann nicht zu enttäuschen, wurde ihm der Nobelpreis für Theater versprochen. Am Ende des Tages hatten Kaja und Kaleb einen wunderschönen Tag gehabt. Sie hatten viele interessante Gespräche geführt. Sie hatten sogar die Möglichkeit gehabt, ihre Tanzkünste zu zeigen, die sie speziell für dieses Ereignis neu erlernt hatten. Ihre Gäste hatten auch den Tag genossen, wie E-Mails, Telefongespräche und Messages auf Facebook und Twitter zur Genüge bestätigten. Ein paar Tage später fuhren sie auf ihre Hochzeitsreise, für die sie sich eine Schnellreise von einer Woche durch Italien ausgesucht hatten. Sie flogen von London nach Venedig, dem zentralen Marco Polo Flughafen, und nahmen ein Vaporetto nach Lido, wo sie ein kleines, nettes Hotel gebucht hatten. Sie legten ihre Reisekleidung ab, zogen sich Strandkleidung an und gingen etwa zehn Minuten lang über die Insel, bis sie den schönen öffentlichen Strand erreicht hatten. Sie nahmen ein Schließfach, zogen sich auf ihren Badeanzug bzw. Badehose aus, gingen direkt in das angenehm warme Wasser und verbrachten eine Stunde damit, herum zu planschen und zu schwimmen. Danach fühlten sie sich recht hungrig, also zogen sie ihre Strandsachen wieder an, trugen ihre nassen Schwimmsachen in einer Plastiktüte mit sich und gingen langsam zu einem Restaurant auf halber Strecke zurück zu ihrem Hotel, das sie sich schon auf dem Weg zum Strand für ihr Abendessen ausgesucht hatten. Das Restaurant hatte draußen einen großen Sitzbereich, im Schatten, unter südländisch aussehenden Bäumen. Es war nicht zu voll und ein Kellner brachte ihnen bald die Speisekarte. Die Auswahl an Speisen war groß und alle sahen sehr lecker aus. Sie entschieden sich für einen großen Teller Caprese-Salat als Vorspeise mit Tomatenscheiben, Mozzarella-Scheiben und Avocadoscheiben mit schwarzem Pfeffer, Olivenöl und Basilikum und zwei Pizzas, die sie sich teilen wollten. Eine mit gegrilltem Hähnchen, die andere mit Kirschtomaten, Artischotten und Pilzen. Sie tranken Orangensaft mit dem Essen und wählten Panna Cotta und Semifreddo als Nachtisch aus, auch zum Teilen. Das Essen war köstlich. Dies alles schmeckt hier in Italien so anders als sogar in den besten italienischen Restaurants zu Hause in England, bemerkte Kaleb, als sie gegessen hatten und auf die Rechnung warteten. Kaya stimmte zu. Vielleicht hat die Atmosphäre der Umgebung einen Einfluss auf das Essen, denn die italienische Atmosphäre kann man nirgendwo anders als erwarten als in Italien, selbst wenn die Küchenchefs italienisch sind. Nach einem weiteren, grusamen Spaziergang gingen sie in ihr Hotel zurück. Am nächsten Tag setzten sie mit dem Vaporetto zum Hauptteil von Venedig über, in der Nähe des St. Markusplatzes, und verbrachten einige Stunden damit, durch die Straßen und über die Brücken dieser inspirierenden Stadt zu gehen. Dann gingen sie zum Santa Lucia Bahnhof und nahmen einen Freccia Rosa Zug nach Florenz, wo sie in einen regionalen Veloce Zug nach Chiosi-Cianchiano-Terme umstiegen. Von dort aus dauerte es fünf Minuten mit dem Taxi zu ihrer zweiten Station, die malerischen Citta della Pieve. Hier sahen sie die diesjährige Produktion des International Opera Theater, das seinen Sitz in Philadelphia hatte, und unterhielten sich nach der Vorstellung lange mit der künstlerischen Leiterin dieses Ensembles. Nach einem langen Ausschlafen und köstlichem Mittagessen reisten sie weiter, wieder nach Norden, nach Verona, wo sie die Schauplätze suchten, die durch den Film Letters to Juliet bekannt waren. Dann nahmen sie ihre Plätze in der Arena ein für eine Vorstellung von Carmen. In den nächsten Tagen besuchten sie Rom, dann Capri, und fuhren wieder nach oben, nach Milan, wo sie immer noch ein paar Stunden hatten, bevor sie ihren Flug zurück nach London erreichen mussten. Es ist erstaunlich, sinnierte Kaleb im Flugzeug, wie anders die Atmosphäre ist, jeweils in den verschiedenen Städten, die wir gerade besucht haben. Fandest du das auch? fragte er Kaya. Ja, wenn ich darüber nachdenke, stimmte Kaya zu. Venedig ist sehr lebendig, voll rauer, aber angenehmer Energie. Verona ist wirklich die Stadt des Herzens. Milan ist sehr angespannt, finanzbetont, mit vielen Schwindlern auf den Straßen und am Bahnhof. Zu Hause wandelten sie ihre Hunderte von Fotos in einen Film um und brannten eine DVD, die sie auch an Grace und Henry schickten. Manchmal sahen sie die DVD auch selbst an und wurden dann ganz nostalgisch über ihre Hochzeitsreise. Sie machten einen kleineren Ausschnitt dieser langen DVD, die sie dann Arbeitskollegen zeigen konnten.